Happy Birthday, Darling! Einige von euch haben es vielleicht schon auf Instagram gelesen. Burnout Coaching Berlin ist am 18. Januar ein Jahr alt geworden. Und dieses Jahr war voll von ersten Malen die erste Podcast-Folge. Der erste Facebook-Beitrag, das erste Mal auf Instagram und mein Blog kam auch noch dazu. Als ich die erste Podcast-Folge veröffentlicht habe, wusste ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und eigentlich war ich noch nicht mehr so richtig sicher, ob nach der ersten Staffel überhaupt noch eine zweite kommen wird. Ob sich überhaupt jemand dafür interessiert, was ich zu sagen habe. Und dann wart ihr da. Meine Hörer. Die besten Hörer, Leser, Follower, die die Welt je gesehen hat. Und ihr habt gelauscht und gelesen und geliked und geteilt. Ihr habt mir Feedback gegeben. Immer und immer wieder. Super konstruktiv. Und habt mir damit geholfen, meine Inhalte besser zu machen. Als Burnout Coaching Berlin online gegangen ist, hatte ich übelst Schiss, so öffentlich zu sein. Und ich muss echt sagen, es war die ersten Monate ein super, super stranges Gefühl. Aber es hat sich gelohnt und euren Bewertungen, E-Mails und Kommentaren nachzuurteilen, habe ich das geschafft, was ich mir so sehr gewünscht habe, als ich online gegangen bin. Nämlich euch einzuladen, den Blickwinkel auf die Dinge, auf das Leben ab und zu ein bisschen zu wechseln und natürlich meine und eure Welt ein bisschen entspannter zu machen. Nach einem Jahr Burnout Coaching Berlin online sage ich danke, 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 danke fürs Zuhören oder fürs Mitlesen, fürs Folgen, fürs Liken, für die Weiterempfehlungen und für all die Inspirationen, die ich von euch bekomme. Danke, dass ihr mit mir vorangeht, dass ihr an euch selbst glaubt und dass ihr euch nicht unterkriegen lasst. Selbst wenn das Leben euch mal wieder mit Dreck bewirft. Danke für eure Liebe, euren Mut und eure Hingabe zum Leben. Und natürlich danke an mein Team, was wie die Meinzelmännchen heimlich im Hintergrund arbeitet und dafür sorgt, dass alles seine Ordnung hat. Denn auch ohne mein Team wäre das alles nie möglich gewesen. Ich freue mich auf ein neues, spannendes, bewegendes Jahr mit euch, mit Burnout Coaching Berlin. Let's go! Deine Susi. Oder heute eure Susi. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und du police 파פation matin. Auch die Menschen Shallow, die Frauen zu bauen, müssen wir denדרsten. Danke. 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 Ichiembrebeite. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020